Guten Morgen aus Berlin, es ist Freitag, endlich wieder Wochenende. Freitag, der 18. März 2016 um 8.19 Uhr. Ich bin relativ früh unterwegs, ich will um 9 Uhr im Büro sein, da ich heute nur bis 12 Uhr dort sein kann. Um 12.30 Uhr habe ich dann schon wieder einen Termin mit der Agentur Dreispringer und am Nachmittag wird noch jede Menge Freelance-Kram anfallen. Ja, wie gesagt, Wochenende steht vor der Tür. Ich bin ganz glücklich drüber, denn die letzten Tage waren recht arbeitsreich und ich sehe auch ein bisschen zerknüllt aus. Man kann vielleicht auch auf meine Stirn hier so einen dunklen Strich sehen. Da habe ich mir gestern selber eine Tür an den Kopf geschlagen. So ein Schrank, also so ein Küchenregal, Schrank, Tür, was auch immer. Irgendwie Wasser ausgelaufen, weil ich es wegwischen und stelle dann fest, oh, im Schrank ist Wasser auch, mach die Tür auf und knall mir die genau vor die Stirn. Das sah gestern noch ein bisschen schlimmer aus. Ich hoffe, das erholt sich auch wieder ein bisschen, aber wie blöd kann man eigentlich sein, oder? Naja, Film gestern Abend war gut, Already Miss You, ein Drama. Um zwei Freundinnen drehte sich das und die eine erkrankte an Krebs und starb letztendlich daran. Und es war ziemlich traurig und irgendwo, ja, ziemlich bedrückend. Aber wir haben es durchgehalten. Es ging fast zwei Stunden, der Film. War ein schöner Film. Wie gesagt, wenn er auch sehr traurig war, war er trotzdem sehenswert. Ich habe nie was davon gehört vorher. Wahrscheinlich gibt es für so traurige Dramen nicht so viele Trailer wie für die Actionfilme, ja, die Blockbuster, was auch immer. Aber wie gesagt, kann man sich anschauen, hat eigentlich ganz gut gefallen. Ja, was gibt es noch zu erzählen? Gestern wieder viel Arbeit, wieder viel Fünf-Jungs-Kram erledigen. Heute ist ein finales Telefonat anberaumt und dann gucken wir mal, es sollte aber soweit eigentlich alles mit der Webseite jetzt passen, sodass Frau Vogt-Jung in den Urlaub fliegen kann und ich mich ein bisschen erholen kann von dem ganzen Hin- und Her-Webstress. Ja, und dann, wie gesagt, heute arbeiten, dann drei Springer, dann Nachmittag ein bisschen freiberuflich und heute Abend werde ich sehr wahrscheinlich mal wieder YouNow anmachen und ein bisschen Zocken streamen. Ich werde mir sehr wahrscheinlich den neuen Teil von The Walking Dead holen, von Michon oder wie sie heißt, also die Frau mit dem, ja, mit dem Schwert und den Zombies als Backup. Ja, in der Serie ist sie ja relativ groß vertreten und in den Comics auch. Da bin ich mal gespannt, es sind, glaube ich, nur drei Episoden, nicht fünf. Das werde ich mir heute mal auf der Xbox-Bahn zulegen und dann mal die erste zocken und bin mal gespannt, was mich da erwartet. Und ansonsten steht euch nichts weiter an, vielleicht ein bisschen schlafen. Weil Schlaf könnte ich echt gebrauchen, das ist schlimm momentan mit mir. Also trotz, dass ich sieben, acht Stunden schlafe, bin ich immer müde und mal gucken, wie es dann morgen aussieht. Morgen kann ich auf jeden Fall erstmal ausschlafen. Der Spiele-Nachmittag geht morgens 14 Uhr los, das heißt bis zwölf kann ich pennen. So denn der Postbote das auch so sieht und nicht vorher klingelt. Wir schauen einfach mal. Dann wünsche ich euch einen schönen Freitag. Lasst euch nicht ärgern, macht heute nicht allzu lange und kommt gut ins Wochenende. Ich melde mich dann morgen hoffentlich ein bisschen wacher und fitter als heute. Also bis dann. Tschüss.